Ja, jeder hat so seine Wehwehchen, ne? Eine Ratte? Eine Kinderführung. Warum das denn? Das ist eine böse Ratte einfach. Ich dachte... Ich habe die Bombe nicht mitgenommen, aber ich dachte, du arbeitest im Aquaristik-Shop. Ja, aber ich mache schon die Kinderführung auch. Da gehe ich natürlich auch bei den Nagern ab ein. Also nochmal, bevor ich das falsch verstehe. Aquaristik-Shop. Ratte. Nein! Na. Ja, ich gebe es auf. Ihr habt im Aquaristik-Shop eine Ratte, okay. Ja, wir haben auch da ein Nagern. Das ist im Wiener Teil. Also es ist kein Aquaristik-Shop. Ja, Aquaristik, Meerwasser-Aquaristik, Terrarastik und eben Nagern. Und halt so gut, dass man sich mahnt. Also eigentlich ist es eine voll waschechte Tierhandlung. Ja, ja, ja. Voll. Ich dachte immer, es wäre ein Aquaristik-Shop. Ich glaube deswegen. Nein, das ist nur. Also es ist nur ein Zorn. Das ist von hinten. Aber es ist nur ein Verzweichen, aber ich bin in den Gang, der Weg. Nee. Das würde ich nie machen. Kann ich mir vorstellen, Volki. Das war meine Camper-Position mal, glaube ich. Ja, also ich werde heute, ich bin so schlecht heute, dass ich eure Camper-Positionen benutzen muss, um überhaupt noch bestehen zu können. Ich bin aber total ausgefallen. Oh. Komm mal hin. 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 Ja, Dennis hätte aber mal die Bombe mitnehmen sollen vielleicht. Das kann er gerne tun. Das war ich schon, als ich zum Sportplatz gefahren bin. Das bin ich jetzt immer noch. Ja, komm Schmidi, jetzt hüpferl vom Dach und hol dir die Bombe. Ich hab da echt nicht so viel Geduld. Aber ich den Schmidi sehe, ich warte nur noch ab, bis ich die... Rechts, 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 auf den Gang, auf den Gang, auf den Gang, bei der Treppe, bei der Treppendach. Äh, mit den Augen bitte gesehen, ey. Boah, das war knapp. Ja, ich lache, ich lache. Oh, oh Gott. Also ich wiederhole mich gerne nochmal für euch, ne. Da lag die Bombe. Wo soll ich denn hingehen? Ich muss die Bombe jetzt beschützen. Wenn ihr die Bombe nicht habt, dann kann ich doch da bleiben. Ist doch wunderbar. Ja, aber da oben auf dem Dach oder so. Ja, aber da sehe ich die Bombe nicht so gut. Also ich hab euch ja echt den Tipp gegeben, ja, dass ich echt jetzt bei der Bombe bleibe. Quasi. Das glaub ich nicht. Ich probier heute mal was Neues aus, weil... Es ist echt besser, auch mal was Neues auszuprobieren. Nein! Oh Gott, ich hab direkt einen Kreis um dich herum geschossen. Aber ich muss halt auch dooferweise... Das ist halt mein Nachteil alleine. Ich muss ja aber halt erstmal beide Ecken sehen, ne. Wenn ich da reingehe und schieße auf dich, das ist halt... Bringt mir ja nichts, wenn der Dennis mich dann absnackert, ne. Naja. Deswegen muss ich zusehen, dass ich einen Harrier oder sowas krieg. Ich muss ja auch nicht... Ich bin nicht glatt. Ah! Nein! Snackt er mich weg. Ja, das schafft er leider nicht mehr. Nein! Nein! Oh nein! Er ist tatsächlich so weit gekommen. Rechte Flagge, wenn du da bist. Woher siehst du zum Probierst du noch einen Kratternkwerfer? Genau. Beride funktioniert. Du bist doch nicht allein. Es ist doch tatsächlich nicht mehr in der Plan für dich. Nein! Jawoll! Oh Gott, was ist denn heute Abend los, ey? Das ist unsere Map-Gesmer. Na ja. Ah, hervorragend, ja. Den Knie und den Bitten nehmen. Und der Hörer nicht noch ins Gesicht. Das Gesicht ist dein Erzproblem. Ey, damit verdiene ich mein Geld. Ja, geh mal bitte mit. Genau, du weißt genau, wo ich lang will. Ja, tschüss, tschüss. Sagen wir nie lang. Wir gehen nämlich recht lang. Ja. Dann gehen wir bei Dingen. Das Problem ist wirklich, dass ich euer Trash-Talk wahrscheinlich noch viel besser verstehe, jetzt wo ich das schlechte Headset habe. Das trifft mich einfach viel, viel härter. Mit mir? Ich bin mit dir. Hoorra. Nein, Mann, ich bin genau in die Arme gelaufen. Kann nicht wahr sein. Was mach ich eigentlich heute falsch? Alles. Okay, hol ich mir mal eine schnelle Runde. Ja, nee, der ging durch. Ja, der Trash Talk hilft mir. Ich bin auf mich allein gestellt. Oh Mann ey, oh das gibt's nicht ehrlich, ich komm nicht weiter um die Ecke, aber ich bin ja auch doof, warum laufe ich nicht durch die Küche ey. Nee, dipp mich nicht, denn es fühlt mich auch gar nicht. Oh Mann ey, es zeigt sich wie immer, ich muss erstmal einen von euch wegnehmen. Ich bin der Letzte? Also, ich nehme an, er geht jetzt zu ziehen. Und der Alltag meinte, haa. Sehr egal, er weiß jetzt nicht nur, wie ich hatte. Ich bin der Alltag, ich bin der Alltag. Ja, habt ihr euch schön aufge... Ihr werdet echt richtig gut mittlerweile, ne? Ja, wirklich, also... Also, ich hab echt meine Probleme mittlerweile mit euch, ne? Das ist... Alleine... Das ist nicht mehr so die einfache Nummer. Also, ich habe .. Glaube ich wohl kaum, dass er auf A war, ne? Nein! Ja, aber wann hast du dich gelegt? Weil ich dann direkt kam, auf einmal ging ich unter die Treppe und auf einmal sich vorgelegt. Ich denke, hä? Na ja, gut. Genau in dem Moment halt. 5-7. 5-7, ey. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und den Dennis auch noch. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ein Doppelschiff. Hallo. Ja, weil du nicht weggelaufen bist, konntest du ja nur dort sein. Der Volki. Ich habe nur leider mein Headset vergessen von der Arbeit. Kann ich das nicht? Ich habe mein Headset von der Arbeit vergessen. Jetzt muss ich hier improvisieren. Deswegen. Ah, ich bin so schlecht. Fußball hat mich K.O. gemacht. Richtig. Da ist er, dass er weg ist. Hm. Hm. Weitere, was geht das jetzt? Haben wir schon von hier, oder? Ist es wirklich für eine Spiegel? Ja. Ich bin so aufgelaufen. Ich bin so aufgelaufen. Ich bin so aufgelaufen. Und dann ist das noch weg. Ich dachte, das ist das noch, ist es noch, noch. Wir verteidigen! Er ist ja nicht durchgegangen. Hä? Was ist denn gerade hart oder was? Ja. Es muss immer klar sein, die Brombe müssen sich unbedingt klar haben. Wir müssen ihn nur aufregen. Das ist ja das Einfache. Da ist er! Im Gang! Ja, ganz genau. Boah ey, ich hab Reflexe wie die Oma ey. Ich weiß genau wo du bist, guck mal, was mach ich denn da überhaupt? Ich lauf irgendwie rückwärts. Ja. Uiuiui. Also heute wird's richtig... Ah, enge Kisten. Ah, enge Kisten. Ah, enge Kisten. Ich hab einen Knall. Was? Wer ist in die Mission? Na klar, gut. Wir müssen nicht in den Ausbrechen machen. Ja, ja, ja. Ah! Nein, ich hab gerade gewonnen. Ich muss mich, ich muss mich so konzentrieren heute, um über irgendwas hinzukriegen. Und die Tüten da eigentlich nicht haben, mit der Sonne, ja? Das ist ja nicht überhaupt der Lied. Ich... Ich... Ich finde es sensationell, dass ihr wirklich immer genau da seid, wo ich hingehe. Nee, also... Ah! Und genau da ist er wieder, ja? Und dann kommt er noch schnell in die Ecke wieder rum. Das riecht gar nicht für ruhig. Nee, das riecht einfach mal nicht für ruhig. Halt's wirklich nichts an. Nein. Also, ich bin auf dem linken Außengang erstorben. Ja, ja. Und was ist denn das, ne? Warte, der denn hier oben? Ja, ja. Hauen, wo die Hütte. Der dennis? Der dennis? Geht nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Nee, ich möchte nicht. Nee, ich muss gewinnen hier. Ich will nicht. Ich will nicht. Und dann sind wir wieder bei der 9 zu 8. Jawoll! Aber auch krass, oder? Ich bin gerade an dem Bombenplatz vorbeigelaufen und direkt per Landstitter die Truppen vorgelegt. Genau! Das Ziel ist erstellend. Wir haben die Worte! Du bist auf dich allein gestellt. Ja! Ahaha! Unterbunnen! Ist man automatisch so, wenn man das Spiel aufnimmt? Ja! Ich muss mal logizisten. Ja! Ja! Oh ja! Ja! Da stehen wir uns gegenüber. Auge in Auge! Oh ja! Ah, verdammt! Okay, also 9-9. Kommt 3, kriegen wir locker hin? Das schaffen wir doch mal! Niemals! Ja, wir müssen uns kriegen. Ja auch. Ich glaube, er darf in den Mittag, ja. Der erste Dimension, du bist als einziger Rednerin! Nein, das gibt's nicht! Ah! Oh Mann! Du hast mich noch nicht mal gesehen beim ersten Mal! Ja! Doch, ich hab's ja freigeschlichen, ich hab ihn ja nicht über den Zucken gesehen. Das war bei der Pflanze, und ich bin immer raus, und ich bin nicht auf die Zufahrt. Ja, und äh, dann war's tatsächlich nicht, obwohl die Pflanze eigentlich nicht war. Also, ganz logisch. Ja! Ganz einfach so richtig, ja. Jetzt ist, wir alle erzählen um dich. Ach, das kann nicht wahr sein. Kann ich eigentlich so daneben schießen. Was ist denn? Ich bin echt dreimal getroffen worden und ich bin immer noch von Granaten, von Blendengranaten, von Füßen. Ach durch die Wand. Oh ja. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm, 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 noch mal ein bisschen. Jetzt muss er entschärfen, das gibt ihm. Jawohl, das schafft er nicht mehr. Ich verliere meine eigene Map, ja, ich verliere meine eigene Karte. Ja, aber da bin ich noch umgebracht. Ich merke mich, da bin ich echt alles überlegen, was ich überlegen konnte. Hm, super. Jawohl, da ist der Sieg, da ist der Sieg. Oh, das ist gut. Und das in der Haus- und Hof-Map, ja. Überragend. Überragend. Das war gut, ne? Da hab ich's gut aufgeteilt gehabt, ja. Zu neun. Jetzt muss ich jetzt mal kurz nach oben gehen, nach diesem extremen... Ich hab was, ich hab was. Oder? Heftig. Ja, Leute, ich muss leider Schluss machen. Oh, was mach ich denn heute Abend, ey? Ich vollidiot, ich hatte auch noch, ich hatte noch ne Rakete und noch Aufklärungsdrohnen, hätte ich halt auch mal einsetzen müssen, aber selbst dafür bin ich zu müde. Ach, shut up. Genau. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.